Ich weiß, ich weiß, es ist ein bisschen viel. Was soll ich sagen? Ich bin manchmal ein bisschen zwanghaft. Das Ding hat er ja dann später in Sionis Stahlwerk gebaut. Oh Gott. Wacken City. Hallo. Hallo. So, die Jokern-Schuhe laden sich mit jedem Schlag mehr auf. Nein. Weil ich den Joker festnehmen will. Also, die Jokern-Schuhe sind. das alles hier habe fragst du naja ich habe einen tollen Deal für einen stillgelegten Freizeitpark gemacht du hättest das Gesicht des Maklers sehen sollen als wir ihn mit Handschlag besiegelt haben und nochmal The Killing Joke da hat er sich diesen stillgelegten Freizeitpark zugelegt oh oh ich hatte das war Was muss ich denn jetzt machen? Wie die Fairlane Kralle habe ich jetzt noch habe ich Drei mal gestorben in einer aufnahme ist das rekord also bei diesem spiel Elektrisch Klopf klopf wer ist da ich bin Nein darauf verzichte ich Es gibt keinen Ausweg Du musst wohl da warten wo du bist Bis ich die Hotelgäste durchschicke Ist das nicht zum Schreien? Du hast all diese schicken kleinen Spielzeuge Ich bin so neidisch Jetzt bin ich aber Jetzt bin ich aber Da ist es schonmal nicht Och man Einfach Du bist vielleicht einfallsreich aber bleib fair nicht dass ich dir deinen kleinen Gürtel wegnehmen muss Nee das macht ja später in Arkham City Halle Quinn Da gibt es dich ja nicht mehr Und jetzt sagt Joker dass ich dieser arme Mann gleich wegen dir heiser schreien wird Heiser Ich versuche ihn herauszuziehen stirbt er an dem Stromstoß Ich muss bei dem Spiel mitmachen Hast du als Kind auch versucht die Nationalhymne zu rüchsen Darin war ich immer ne Liete Dieser Gentleman meinte doch er könnte es Machen wir uns nen Spaß und schauen wir wie er sich unter Strom schlägt Juhu Das hier gefällt mir am besten Erinnert mich an meine Kindheit Der Geschmack von Popcorn Das Rattern der Fahrgeschäfte Der Gestank von toten Pennern unter der Promenade Ach die gute Haltezeit Ich glaube ich rieche dampfendes Fledermaushirn Heißt Es den immer Simon Befield Okay erst der erst der dann der nun der klar war nicht schwer so leuchtet die nase so auf es sind halt erfahrungspunkte so und jetzt brauchen wir bestimmt die fernlenkkralle die fernlenkkralle so 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 hab ich mehr erreicht, als du in den, die vielen zwei Jahren, die du die ganze Kostümshow abziehst. Roman Sionis, weg. Oh, Mann, der war korrupt bis ins Park. Bin ich losgeworden? Der Anstaltsleiter von Blackhead? Bin mir sicher, der kommt hinter Gitter, nachdem man sich ihn heute abmachen lassen. Weißt du, es ist fantastisch, was man alles erledigen kann, wenn man sich keine Sorgen um richtig und falsch macht. Wenn man die Dinge einfach aus Spaß macht, das ist dein Problem, Batman. Und das schadet deiner Effizienz. Du bist viel zu ernst. Tick-tock. Tick-tock. Die Uhr ist am Ticken. Um Sionis kümmert sich ja Batman wirklich nicht mehr. Und man weiß immer noch nicht, was mit ihm in Asylum und City passiert ist. So, du hast es bis ans Ende meiner kleinen Geisterbahn geschafft. Leider solltest du mittlerweile tot sein. Entschuldige mich bitte. Ich muss den Architekten erschießen. Jetzt sind wir im 25. Stock. Guckt mal, er ist Bauchredner. Ich bin hier, um zu helfen. Es gibt noch mehr von Ihnen. Sie haben meine Kollegen. Sie zwingen sie. Keine Sorge. Ich finde sie, bevor etwas passiert. Okay. Beeilten Sie sich. Bitte. Helfen Sie meinen Kollegen. Schnell. Ich mache ja schon. So, und jetzt sind wir in der Bar. Keine Spur von der Fledermaus. Ist es okay, wenn wir die Tücken abknallen? Ja, warum nicht? Nicht los. Er sagt, wir können sie töten. Jo, schau mal, ich bin am Fernsehen. Einmal. Hey, Mickey. Wiederher, Baby. Will das mal. Oh, das ist der Bewaffnete. 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 Das war's für heute. Ich muss zum penthouse und den joker aufhalten geöffnet von sieben bis zwei Helikopter. Da oben ist er. 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 Ich renne durch die Stadt. Aber das hier, in dem Hotel wurden Leute auf eine Art getötet, die ich... Sir, ich schlage Ihnen dringend vor, Captain Gordon anzurufen. Er könnte ein wertvoller Verbündeter sein. Ich brauche keine Verbündeten. Alles Joker-Karten. Wie ich sehe, wurden die Männer des Jokers eliminiert. Das ist ein guter Haufen. Aber denk daran, dass die Fledermaus unser Hauptziel ist. Wir müssen wachsam bleiben. An uns kommt er nicht vorbei. Das ist der einzige Weg ins Penthouse. Hoffen wir, dass du recht behältst. Aber nur die Zeit wird es zeigen. Die Fledermaus kommt. Ich freue mich, dass der Boss nicht uns einigt. Er bekommt wen. Und ich darf mich mit euch unterhalten. Gotham ist jetzt unser Janquärm hier. Lass mich los! Geht jetzt herunter? Nein! Ich kann nicht mehr! Eiswuse. Er hat ihn als Warnung für uns dort aufgehängt. Diese Beleidung werden wir nicht tolerieren. Diese Wunden fänden die Fleder aus der Frieden. Ich hab ihn! Ich muss mich entschuldigen. Anscheinend war ich nicht deutlich genug. Ihr solltet euch wehlen, wenn ihr die Fleder rauskommt. So. Noch fünf. Komm, komm, komm! Was ist das? Ich will zu dem Teil kommen, wo ich euch beim Schnacken zusehe. Ich töte den Clown, wenn er nicht endlich woher geht. Du kannst nicht lange versteckt bleiben. Das können wir doch besser. Schade, dass ich keine Elektrizität schießen darf. Oder kann. Ich habe genug geschaut, reiß dir den Flügel aus. Ich spuck auf ihn. Los geht's. Mach die Annäherungsminen in den Wasserspeiern scharf. Ich muss nur so denken, wie er unwürdig nicht so hart ist, dass die Jungs nicht einmal aufwächst sind. Besser das Kumpiner ein Lichtgericht. Ich wusste ja, dass es toll wird, euch beim Ausdippen zuzusehen. Aber dass es so vorsachtig wird. Ha, ha. Ich muss die Qualität sogar ab, wenn wir hier verreißen. So. 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 So, die sind nicht da dran, die Meelen. Das war's. Das ist doch nicht Sionis. Aber die gerade schon wussten, dass es das Joker ist. Hm. Damit ich das machen kann. Ah, jetzt der Aufzug in der Mitte. Sonnen. Bahn. Planschbahn. Abkürzbahn. Abkürzbahn. Lacht doch mal. Abkürzbahn. Abkürzbahn. Anные. Planscherei